Die Linke will Mobilität für alle garantieren. Deswegen brauchen wir dringend mehr Geld für Busse und Bahnen, damit wir ein gutes, zuverlässiges Angebot haben und Menschen gerne mit Bus und Bahn fahren. In Hessen sind die Fahrpreise viel zu teuer, deswegen müssen wir die Fahrpreise senken. Und wir Linke wollen einen Nulltarif, damit alle Menschen sich Mobilität auch leisten können und damit wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deshalb mehr Geld für Busse und Bahnen, eine echte Verkehrswende, gute Arbeitsbedingungen und bezahlbare Preise. Das wäre wichtig, damit alle in Hessen mobil sind. Am 28.10. Die Linke wählen.